Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut bei smartwatch.de. Wir machen heute ein kleines Unboxing zu diesem Fitness-Tracker hier. Genauer, das ist der Micronos C-Fit4 HR. HR in diesem Fall bedeutet, dass er über einen Herzfrequenzmesser verfügt. Das ist für den ein oder anderen sicher sehr interessant. Und ich würde sagen, wir schauen uns im Video an, was ist hier im Lieferumfang dabei und werfen dann noch einen kurzen Blick auf den eigentlichen kleinen Fitness-Tracker. Micronos hat sich dann beim C-Fit4 dafür entschieden, auf eine hübsche kleine Blisterverpackung zu setzen. Das Ganze sieht dann ein bisschen aus wie eine Vitrine. Man hat hier also schon mal, wenn man das auch ein bisschen dreht, einen schönen Blick auf den neu erworbenen Fitness-Tracker. Das Coole an der Verpackung ist auch, wie wir gleich sehen werden beim Auspacken, ihr könnt das Teil dann quasi auch zum Verstauen benutzen. Denn die beiden Verpackungsteile, die Kartonage unten und das durchsichtige Blacksiglas oben, sind dann voneinander getrennt. Ansonsten gibt es da Verpackung. Unten drauf gibt es natürlich ein paar kleine Infos, was der Fitness-Tracker alles so kann. Sport, Anruf, Benachrichtigung und so weiter. Dazu erzähle ich euch dann gleich noch mehr. Ansonsten eben, ihr braucht dafür ein Android- oder ein iOS-Smartphone, um den Fitness-Tracker dann mit eurem Smartphone zu verbinden und so noch zusätzliche Funktionen zu nutzen. Dann würde ich sagen, packen wir das gute Stück einfach mal aus. Ich habe das schon etwas vorbereitet. Normalerweise ist das verklebt, wie auf dieser Seite. Das seht ihr hier sehr schön am Klebestreifen. Und schon hat man die kleine Vitrine mit dem Fitness-Tracker in der Hand. Darin sicher verstaut ist das gute Stück. Und auch das ist nochmal zweiteilig. Man kann das einfach nach oben abziehen. Und schon hat man quasi hier, wie ihr sehen könnt, eine Halterung für euren Fitness-Tracker. Das heißt, wenn ihr ihn mal vielleicht nicht tragt, könnt ihr ihn einfach darauf befestigen und dann könnt ihr das Ganze ganz dezent zum Beispiel auf euren Nachttisch stellen oder auch dort, wo ihr ihn aufbewahren möchtet. Soweit mal zum Fitness-Tracker. Dann gibt es natürlich noch ein kleines Zubehör-Paket hier unten drin. Das zeige ich euch auch mal kurz. Zack, so sieht das Ganze aus. Einfach aufmachen. Da gibt es dann natürlich dabei ein Ladekabel mit einer kleinen Dogging-Station. Das Ganze ist wieder Pugo-Ping-mäßig gelöst, sprich magnetisch. Fitness-Tracker wird hier draufgesteckt und dann per USB geladen. Das könnt ihr zum Beispiel an eurem Notebook-PC oder auch an einem Adapter machen, den es für USB-Kabel für die Steckdose gibt. Dann ist auch noch dabei hier natürlich ein kurzes Handbuch, was jetzt mal wieder nicht so wirklich raus möchte. Zack. Zack. Und schon haben wir das auch in der Hand. Da ist es interessant für Leute, die sich den ersten Überblick verschaffen wollen und nicht gleich einfach nur rumprobieren möchten. Ausgepackt sieht der Fitness-Tracker dann so aus. Er ist zu großen Teilen aus Kunststoff gefertigt, das Armband aus Silikon und er bringt ein Gesamtgewicht von 17 Gramm auf die Waage. Ist also wirklich mehr als leicht. Wenn man sich ihn dann von der Rückseite bedachtet, fällt auch auf, warum er den Zusatz HR bekommen hat. Das hier ist nämlich der Herzfrequenzmesser und daneben sehen wir die Pins zum Laden des Fitness-Trackers, wenn der Akku mal zur Neige gegangen ist. Es ist ein sogenannter Unisex-Fitness-Tracker, das heißt, sowohl Damen als auch Herren können den anziehen. Das hat auch den Vorteil, es gibt eben sechs verschiedene Farbwaren, aufgrund dessen, dass es ein Unisex-Gerät ist, nämlich beige, schwarz, wie wir ihn heute hier haben, braun, rot, weiß als auch blau sind da dabei. Also da sollte für jeden eine entsprechende Farbe dabei sein. Dadurch, dass der Seafit 4 HR natürlich aus Kunststoff bzw. Silikon gefährlich ist, ist er natürlich auch Spritzwasser sowie Staubresistent nach IP67. Auch das ist für den einen oder anderen sicher interessant. Ich nehme an, dass er auch im Outdoor-Einsatz benutzt werden wird. Das heißt, auch mal ein kleiner Regenschauer oder hier und da ein paar Wasserspritze oder auch mal ein bisschen Staub, wenn es heiß und trocken zugeht, sind für diesen Fitness-Tracker dann kein Problem. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das eingeschaltete Display. So sieht das Ganze aus. Und auch trotz der geringen Auflösung, was allerdings bei dieser Größe hier des Displays keinerlei negative Auswirkungen hat, ist das Bild wirklich gestochen scharf als auch farbig. Ihr seht auch, die Touch-Bedienung funktioniert dann hier. Dann kann man hier zwischen verschiedenen Menüs hin und her switchen. Und so sieht das Ganze mit eingeschaltetem Display aus. Angelegt am Handgelenk, da sieht der Fitness-Tracker dann so aus. Er macht auch am Handgelenk eine sehr, sehr schicke und vor allen Dingen dezente Figur aufgrund des gewählten Materials als auch aufgrund des geringen Gewichts. Es fällt eigentlich gar nicht weiter auf, dass man einen Fitness-Tracker am Handgelenk hat. Und so muss das meiner Meinung nach auch sein. Denn wer viel Sport macht, der fühlt sich meistens natürlich am Handgelenk durch diverse Dinge vielleicht gestört. Das ist bei diesem Gerät nahezu ausgeschlossen, aufgrund eben des geringen Gewichts und auch des Materials. Der Fitness-Tracker selbst verfügt dann wie angesprochen über sehr viele interessante Funktionen. Zum einen auch natürlich eine Schlafüberwachung ist mit dabei. Es gibt dann eine zurückgelegte Distanzmessung. Euren Schrittzähler gibt es dazu. Es gibt eine Stoppuhr integriert. Ihr könnt damit die Musik auf eurem Smartphone steuern beziehungsweise das Gerät dann auch als Fernauslöser zum Beispiel für eure Smartphone-Kamera benutzen. Es gibt eine Terminerinnerung, also ihr solltet damit auch nichts mehr vergessen. Es gibt eine Inaktivitätsbenachrichtigung. Das heißt, wenn ihr vielleicht mal wieder zu lange vor dem Fernseher gelegen seid, wird euch der Fitness-Tracker dezent per Vibration daran erinnern, dass ihr doch mal wieder ein paar Schritte gehen sollt. Und auch, was ich schon erwähnt habe, es gibt eine Anrufbenachrichtigung. Auch das ist ein sehr, sehr cooles Feature und da wird euch dann auf dem Display angezeigt, der Name, wenn ihr ihn im Adressbuch hinterlegt habt oder eben wahlweise auch die Handynummer. Ja, ansonsten, das wäre es mal soweit mit unserem kleinen Unboxing zum Micronos C-Fit 4HR. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ansonsten denkt dran, schaut auch auf smartwatch.de vorbei. Da findet ihr dann auch einen ausführlichen Test zu diesem Fitness-Tracker. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.